Vorher! Vorher! Und gleich sehen Sie nachher! Simon! Was futschelt denn das jetzt mit dem Ding hier? Schnell man das irgendwann mal die Telefons auf! Hany hat nen Knalleffekt! Ne, eben nicht! Der feiert doch! Der feiert Sorense! Mach es dir zu nahe, was du willst! Angetäuscht! Angetäuscht! Wir suchen unser Haus! Zang! Der geht wie Sau! Der zückt das! Ja, geht! Voll pzauf oder was? Voll pzaufs geht! Oh, es stinkt schon! Oh, hey! Oh, hey! Fange den Hut! Fange den Hut! Fange den Hut! Fange den Hut! Ich hab ihn! Jawoll! Ja! Hitze! Halt Schwein! Gäste, Haken! Oh! Gäste, Haken! Uuuh! Halt Schwein! Halt Schwein! Halt Schwein! Tommi! Fange den Hut! Fange den Hut! Borgamadonna, Tommi! Ey Spitz! Fünf! Ich bin kein Scheißer! Fünf! Ich muss nur den Countdown... Also wenn der Countdown und den Soundfeuer, dann muss ich nur... Um 3.29 Uhr, um 15 Sekunden Start und dann... ...lauft automatisch... Ist egal! Um 10 Sekunden vorhin, dann lauft automatisch. Also das ist dann genau ausgerechnet. Ja! 6 Minuten! 3 Minuten! 3 Minuten! 3 Minuten! 3 Minuten! 3 Minuten! 4 Minuten! 3 Minuten! 3 Minuten! Auf vollsten Aufmerksamkeit! 3 Minuten! Ganz ruhig haben! Ganz bisschen ammer noch! Bisschen warm auch! Ich muss noch einen Minuten durchschwärtschen! Scheiße! Trotzdem! Ich muss noch einen Minuten durchschwärtschen! Am Kreis riefwärts! 1 Minuten durchschwärts! 1 Minuten durchschwärts! Auf geht's! Ja! Europe! Und the final Countdown im Südstarsradio! Die grüße Silvesterschuhe heute Abend live aus dem Saarland! Gleich haben wir's geschafft! Gleich können wir ins neue Jahr 2012 hineinfeiern! Noch knapp 2 Minuten sind's! Und dann können wir das neue Jahr 2012 begrüßen! 3 Minuten durchschwärtschen! Und dann können wir ansehen! 1 Minuten durchschwärtschen! 3 Minuten durchschwärtschen! 3 Minuten durchschwärtschen! Jetzt haben wir es gleich geschafft. Die letzten Sekunden laufen im alten Jahr 2012. So, jetzt haben wir es gleich klar, gleich der Countdown und jetzt 10, 9, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1. Ja, 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 ja. Es ist geschafft, das neue Jahr 2012 ist da, allen Hörern alles Gute fürs neue Jahr und ja, ich denke, jetzt geht's aus Angst, also alles Gute fürs neue Jahr und alle Hörer und bleibt uns allen treu, wir feiern noch weiter die ganze Nacht durch, bleibt uns treu. Dies wird das Radio Silvesterwein, hier im Saal. Und jetzt mal ein Gruß an alle Geburtstagskinder, die heute Geburtstag haben. Na Alter, mach dich, hast du noch eine Privatmarisch gekriegt? Oh ne, komm an. Hup! Guck mal, was soll ich mit dem Haar machen sollen? Buhle Klaus! Buhle Klaus! So, ne Mauerle anziehen! So, Andi, mein Gutter! Komm in Ruhe, sei Mariel! Andi! Andi! Entschuldig, Andi! Tö.